Jetzt geht es darum, auch Panzer nachzuliefern, den Schützenpanzer Marder und auch den Kampfpanzer Leopard 2. Es ist von hoher Relevanz die Erfolge der Ukraine bisher, dadurch, dass die ukrainische Militär derart kampfwillig ist, um ihr Land zu verteidigen, muss jetzt unterstützt werden um die Erfolge der Rückgewinnung der eigenen Gebiete, in dem jetzt auch entsprechende Panzer geliefert werden. Das ist unglaublich wichtig. Mittlerweile sind große Unternehmen wie der Autozulieferer Schneider in Insolvenz, der Scheißhauspapierhersteller Hakele hat Insolvenz angestellt und viele, viele Bäckereien, die schließen. 60 Prozent der deutschen Bevölkerung sind immer noch von Armut bedroht. In Zukunft kann ich mir die Heizkosten, die Stromkosten nicht mehr leisten. Und was tun unsere Politiker? Anderen Ländern versprechen, wir werden euch bis zur letzten Patrone helfen. Es ist immer noch der Wille des Volkes, der hier in diesem Land zählt. Und nicht der Wille der Politiker. Rechnung von den Stadtwerken bekommen! Schnauze an Fall! Danke, Ampel! Und für eine Ampel! Waffenpanzer können sie horten, diese grünen Banditen! Es ist ein Brötchen von zwei Wochen. Schnauze an der Haute! Schnauze an der Haute! Stauze an Fall! Schnauze an Fall! Ich bin in der Welt, wie scheiße aus Papier. Hack'nummer dicht. Wegen der vielen Scheiße im Land. Nichts zu fressen. Scheiß grüne, rote, gelbe Bande. Voll.